Hallo Watgate Ich hab ein bisschen was im internet nachgeguckt und ja wir fangen an mit Draconic und zwar den hier hab ich gesetzt aber das ist erstmal nur der Energy Core und den will ich mir jetzt angucken so 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 und die hier müssen wir herstellen und zwar kann man die über ok ok also wir können bienen herstellen und ok und wir brauchen diesen das hier brauchen wir also den hier vier auf beiden seiten ok 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 Moin. Ah, alles gut und guten Morgen erstmal und 75 Polonium zusammen, sauber. Ich habe mir ein paar Videos zu Draconic angeguckt. Ja, das wird lustig. 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 Ups. Ah, eins, zwei. Ja, das wird lustig. Oh, verdammt. Dankeschön. Ähm, ja, ich habe mir dazu Videos angeguckt und dachte mir, hm, nice. Ja, das wird lustig. 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 Oh, genau. Äh, so. Oh, genau. Das war's. Das war's. Das war's. Ich brauchte nämlich das Drachenherz. Das war's. Äh, sei der 1.0.4, also nach dem aktuellen Update. Mit dem Fünfer soll, äh, das Questbook mit reinkommen. Das war's. 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 Oh. Das war's. 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 Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der kommt im nächsten Schritt dran auf jeden Fall Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Amen. 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 Oh, den habe ich noch nicht. Amen. Amen. Oh. Cool. Cool. Okay. Schuss. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Das war's für heute. So, kann das normal wachsen oder braucht das wirklich einen Untergrund? Okay. Oh, ich hab' ich hab' noch nicht mal geschnauft oder sowas. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab' ich hab' ich hab' ich eingestellt. Ja, okay, ja, ja ... Ja, das wollte ich eigentlich aber nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und Manni, hast du nochmal Once Human gespielt oder hast du damit jetzt auch aufgehört? So, ist das zu laut? Ich hab das jetzt mal ein bisschen runter gedreht. Hm, okay. Ah, okay. Okay, ich bin echt gespannt auf das Spiel. Also am 9. soll das ja rauskommen. Boah, das sind vier Wochen. Das ist ein bisschen was, ne? Okay. Oh. 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 Das war's. Das war's. Oh, ich muss zehnmal den Drachen tönen. Okay. Okay. So. Hast du geplant heute nochmal Once Human zu spielen? Weil dann könntest du mich da eigentlich mal einsammeln und mir deine Bots zeigen. Das wäre vielleicht ganz lustig. Oder man macht das irgendwann anders, natürlich. Das geht auch. Okay. 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 Ich dachte, das wäre bis... Also, sag einfach Bescheid, wie es dir passt. Dann können wir das gerne machen. Und sonst, hey, dann dauert es halt bis zum neunten. Und dann bauen wir da ein Camp zusammen auf oder so. Warte, dann müssen wir eben warten. Okay. Wir können jetzt starten. Das einzige Problem ist wirklich bei diesem Spiel, dass das irgendwie komisch startet. Und dann machen wir das. Selbstverständlich bin ich auf Starlight 3. Alles wie gesagt. Hallo. 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 Keinen Sound gehabt? Ähm, doch, Sound schon, aber Windows hat mein Eingabegerät wieder umgestellt, weil ich meine Brille verbunden hatte. Ah, ach, ihr habt gestern Overcooked gespielt, ne? Nee, doch nicht, aber ich hatte schon mal alles eingerichtet für den Fall, dass irgendwann nochmal ein 4-Air-Stream kommt, deswegen, ja. Ah, okay. Hilfe. Wow. Ups. Äh, Freunde. Du wirst doch so geschrieben wie immer, oder? Äh, ja. Der findet dich nicht, such mich, ach nee, Moment, das ist ja runter, Kontakte. Kann ich irgendwo, wo kann ich den Anfragen verschieben? Äh. Ich bin hungrig, von wo werde ich denn hier angegriffen? Ah. Ich hab hier gestern eine Rettungskraft gesehen, die hatte, oder ein Sanitäter, die hat alles mit einer Pistole rumgelaufen. Ich schlafe auch mit einer Pistole rum, naja, aber es war einer von diesen Pilz-Zombies. Achso, oh, ja, okay, gut, das ist ungünstig. Ähm, willst du mal versuchen, mich hinzuzufügen, weil ich finde dich nicht. Ähm, ist natürlich jetzt die Frage, wie mach ich das denn? Warte, ich, ich schreib mal, äh... Schau mal, ob du gleich im Chat eine Nachricht siehst. Also im Welten-Chat. Oh, wie komm ich denn in den Chat rein? Mit Enter. Ah. Da solltest du jetzt auf meinen Namen gehen können. Ah. Ah, guck er mal. Es gibt sogar In-Game-Boys. Und wir sind sogar direkt in dem Team, das wär lustig. Ja, ich hab dich direkt eingeladen. Ah ja, okay, ich hab einfach... Also ich, nee, ist... Achso, die Freundesanfrage hab ich noch nicht angenommen. Ich hab nur die Gruppenatladung angenommen. Also ich seh auch nur, wo... In welche Richtung du bist, aber nicht auf der Map. Ähm, doch, du solltest mich sehen können, wenn du M drückst. Oh, oh. Nee, wahrscheinlich den Teil noch nicht aufgedeckt hab. Mhm, ich komm dich abholen. Äh. So, hallo, Lala. In welche Richtung noch? Was soll ich denn laufen? Da. Da, wo die 1 steht, glaub ich, oder? Mhm. Aber die Häuser sehen echt cool aus. Ja, meins ist noch nicht so. Also ich hab, hab die untere Etage angefangen und dekoriert hab ich auch noch nicht, weil ich noch nichts freigeschaltet hab. Ah, okay. Aber vom Aufbau her werde ich das Haus dann, äh, hinterher genauso bauen. Wow, ich bin durchs Essen-Level aufgestiegen. Mhm. Oh, und jetzt hab ich die Wiege freigeschaltet. Nee. Mir fehlt noch die Mission, okay. Oh, jetzt seh ich dich. Okay. Oh, shoot. Hier ist ein Zaun. Warum ist hier ein Zaun? Du hast ne Kindersicherung. Ich merk das schon. Wow. Man kann Level 11 Monster mit nem Headshot weghauen? Ja, ich hab das Gefühl, dass, ähm, der Schaden nicht mit dem Level skaliert, was man hat. Oh, das find ich cool. Ah, jetzt bin ich gleich bei dir. Ja, Grube. Bist du da unten? Ja, jein, ich hab ein Paket geholt. Äh, warum seh ich dich nicht? Weiß ich nicht. Ich steh sehr prägnant. Man könnte mich nicht übersehen. Äh, ja, ich bin genau da, wo du auch bist. Eigentlich. Okay. Hä? Ich hab grad alles weggeschnesselt, was hier unten war. Oh, bei mir ist noch alles da. Warte mal. Kann es sein, dass wir in der falschen Welt sind? Das ist durchaus möglich. Oh Gott. Weil ich bin in Welt 3. Was steht bei dir oben? Welt 8. Okay. Aha, das erklärt ist. Okay, ich bin jetzt in deinem... Und wie kann ich in der Welt... Hive? Was bedeutet denn Hive? Das ist, äh, quasi eine Gilde. Ähm, wie kann man denn eine Welt wechseln? Warte, ich muss eben googeln. Praxisratgeber, Erfolge, Reise, Karte. Lala, Borderlands 3 durch und Level 73. Warte, ich brauch mal eben einen Spaltanker. Guck mal gleich wieder. Bei Overlocked ist einer, ne? Oder ist... Was? Ah, hier, äh... Ja, da oben ist auch direkt einer. Aber das ist halt ein Level 13er-Gebiet. Ich komm zu dir in die Welt. Warte mal eben. Der Motorrad ist fast kaputt. Ich will mal eben was ausprobieren. Bleib mal da einfach stehen. Äh, ich bin wieder in Welt 3. Okay, dann probiere ich was anderes. Ja, sonst, äh, fahre ich eben zu so einem Spaltanker, weil mit denen kann man die Welten wechseln. Ah. Ich hatte jetzt nämlich sonst gesagt. Ähm. Oh Gott. Nein. So, wo war der denn hier? Spaltanker, 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 Spaltanker. Wo bist du? Ich hab dir mal eine Steam-Einladung geschickt. Ja. Da hätte ich nämlich jetzt mal ausprobiert, ob man einfach Rechtsklick Join sagen kann. Falschen Knopf getötet. Muss ich hier erstmal das ekelhafte Viechzeug wieder abschütteln. Aber der Shad spielt doch gar nicht mit dir. Oh, wow. Ja, das war doch ein Spaltanker, mit dem man wechseln kann. Ah, ich bin verwirrt. Ich hab keine Ahnung. Äh, Sekunde. Äh, der Shad will mich jetzt mit Voodoo-Puppen misshandeln. Äh. So, bin... Was ist denn das Benutzerzentrum? Entschuldigung. Das angegehende Profil kann nicht gefunden werden. Oh, ist das jetzt gut oder schlecht für dieses Spiel? Was denn? Ich hab versucht, das Benutzerzentrum beizudrehen. Hier nehmen wir meine Freundschaftsanfrage. Ich hab keine bekommen, aber bei... Achso, bei Steam. Ja. Sekunde. Team. Äh, Freunde. Also, ich kann dir zusehen. Ich kann aber nicht join. Okay, schade. Das wär nämlich die... ...andere Idee gewesen, die ich hatte. Ne, Onze Humana. Da? There's a terminal in the city of Dead's Will. Where you can switch worlds. Okay, Dead's Will. Wo ist Dead's Will? How to change worlds? It's human. Oh. Äh, die... Die Radio Tower. Oder Teleportation Tower. Ja, ich kann... Ich muss zu einem hinlaufen. Ich hab leider nicht mehr genug Währung, um mich dahin zu teleportieren. Miese Zeiten. Ist hier einer in der Nähe? Äh, hinten bei Overlook. Oder wie heißt das? Nee, ja doch, Overlook. Bei Overlook? Das ist ein Spaltanker. Das ist kein Teleportationsdingsbums. Bei Overlook bin ich gerade. Unten rechts ist einer. Hier, warte, wenn du im Stream guckst. Ach, der. Der ist aber sehr weit weg. Ich nehm den da hinten. Nee, den nehm ich doch nicht. Okay, dann nehm ich doch den. Ich hoffe, mein Motorrad hält noch so lange durch, weil ich bin vielleicht ein paar Klippen runtergefahren. Ich hab denen mal ne Bewerbung geschickt. Ach, hat geklappt. So, wie funktioniert... Ich... Ich glaub, bei mir ist Sprachchat deaktiviert. Ähm, drück mal F5. Nope. Unten hat sich gerade aber schon was getan an deinem, äh... Unten an deinem Chat ist wie so ein kleines Mikrofonsymbol. Ah. Okay. Das ist doch das, was ich gedacht hab. Also, ich glaube, dass das der Sprachchat ist. Ich weiß nicht, ist das der öffentliche? Hello? Ich hab dich nicht gehört. Okay, wohin läufst du eigentlich? Nach Deadsville? Ich fahre zu dem... Ja. Ach so, nee. Ich fahre zu dem, äh, Spaltanker. Ach, Quatsch. Teleportationsdingsbumsturm, den du mir geschickt hast. Ah. Aber ich könnte auch einfach nach Deadsville fahren, weil das ungefähr genauso weit weg ist. Oh, ich... Okay, ich... Gar nicht wahr, Deadsville ist näher dran. Wollte ich gerade sagen. Wirst du ein wenig verwirrt? Ist das was Neues? Nein. Hm. Ah, da ist das Ding, mit dem man Welten wechseln kann. Also, ich bin immer noch in Welt 3. Dann komme ich jetzt mal zu dir. Ganze Hin- und Hergewechsel. Äh, Welt 3. Aber das finde ich ein bisschen komisch, dass der nicht gleich sagt, äh, das Team ist in ein und derselben Welt. Ja. Ähm, du kannst da im Prinzip stehen, bla, äh, nicht ganz. Kannst mir schon entgegenlaufen. Das ist das Motorrad gerade eben kaputt gegangen. Äh, ne. Ich könnte auch mit dem Motorrad entgegenkommen. Entgegenkommen. Oh. Gibt es eigentlich Friendly Fire? Nein. Oh, das ist mein Motorrad. Bisschen kaputt, aber. Ja. Okay, äh, was ist denn jetzt der schnellste Weg zu meinem Haus? Ja, wir laufen querfeldein, das dauert sonst zu lange. Musst du das nicht mitnehmen? Nee, das kann ich einfach wieder hin teleportieren. Ah. Gibt es Friendly Fire? Oh, was ist denn das hier? Oh, ein Holzfäller-Biber-Teddybär. Den kannst du auch nehmen. Nee, den kannst du nicht nehmen. Okay, cool. Den hast du gezappt. Nimmt. Das ist so ein Teddybär, den kann man, äh, platzieren bei sich im Territorium und dann sammelt der die Ressourcen. Nice. Sehr hilfreich auf jeden Fall. Wir können theoretisch sogar auf einem Territorium wohnen. Echt? Okay. Wenn ich es richtig verstanden habe, ja. Jetzt, wo wir hier an den teilweise sehr schönen Häusern vorbeilaufen, komme ich mir ein bisschen doof vor mit meinem. Das sieht halt schon richtig gut aus. Ich glaube, das ist aber nicht selbst gebaut, äh, doch. Doch, das ist selbst gebaut. Oh, for fuck's sake. Sogar einen Briefkasten hat er. Stimmt, das muss ich auch noch platzieren, das ist eine Aufgabe. Oh, wow. Okay. Kann man... Ich muss nur gucken, ob... Doch, von hier aus sollten wir hinkommen. Was denn? Sind nur bestimmte Bereiche zum Bauen freigegeben? Nö. Also außer halt, äh, so Gebiete wie das hier vorne jetzt. Also ich könnte... Wo Gegner sind, da kann man nicht bauen. Okay, aber ich könnte jetzt zum Beispiel direkt an dem... Wow, guck mal nach oben. Und jetzt... Ähm... Nun, das ist ein Territoriums-Marker. Hier sind auch, äh, Kartoffeln und so auf den Feldern, die du einsammeln kannst. Die kannst du dir bei dir zu Hause dann anpflanzen. Und Essen verdirbt im Übrigen auch. Ah. Oh, da oben ist noch eine Kiste. Oh, da sind Schwebe... Äh, Schwebe-Dingsbums. Hm. Ich hab dein Haus gefunden. Ich werde das einfach ignorieren, okay? Okay. Wo hast du denn gebaut? In der Nähe von dem, äh... Also... Da liegen alle vier Spaltanker, die ich aktuell aktivieren muss, äh... Im Umkreis quasi. Ich hab's nur in der Mitte gebaut. Ah, okay. Ja, okay. Und wenn du das Territorium einfach mitnehmen kannst und irgendwo anders wieder neu platzieren kannst, ist natürlich... Lol. Hast du die Häuser hier rechts gesehen? Ja. Das ist auch eine geile Idee. 我- Oh! Oh! Hä? Wait a second, hier steht eigentlich mein Haus. Was zur Hölle? Oh, nee. Hm? Das steht hier nicht, weil wir nicht in meiner Welt sind. Lol. Aber du musst auch noch in der Se- Wow. Ja, warte, wir können mal eben, äh... Sekunde. Wir müssen in die Richtung. Ja, dann musst du mit in Welt 8 kommen. Okay. Dann spawnt man nämlich automatisch immer in der Welt, wo man gebaut hat. Wenn du jetzt mit in Welt 8 kommst und dort dein Territorium platzierst, dann spawnt du auch jedes Mal wieder in dieser Welt. Ah, okay. Das macht natürlich überaus viel Sinn. Ja. Was zur Hölle? Was geht denn bei dir? Hier hat ein Vieh in Reh erlegt. Okay. Anfeuerlöscher. Hier ist noch eine Truhe. Und ein Gegner, so wie es sich anhört. Du schnetzelt schon wieder. Ja. Oh, ich habe für einen Ecktisch einen Plan gefunden. Was? Ja. Das war jetzt schon frech. Ach, toll. Braucht man denn irgendeine Währung fürs Teleportieren an diesen Türmen oder geht das so? Äh, nee, du brauchst eine Währung. Ähm, das kriegst du durch tägliche Aufgaben und Nebenquests und Hauptquests und so. Okay, dann drücken wir mal die Daumen. Oh, es gibt Händler? Ja. Oh, eine Pilzfrau. So, wo war jetzt? Ist es wirklich da oben drauf? Nein, ist es nicht. Es ist innen drin. Dann zu Welt 8 zurück. Äh, ich habe vergessen, dass der Stream Verzögerung hat. So, du wirst dich nicht mehr zu meinem Haus teleportieren können. Glaube ich. Warte mal. Deswegen müssen wir jetzt laufen. Ja. Ich finde die Funktion mit dem Raben einfach mega cool. Ich glaube, das brauchen aktuell alle neuen Spiele, die rauskommen. Bei Entschrouded war es ja dasselbe. Mhm. Ja, war das doch so ein Gleiter oder so, oder? Ja, genau. Genau. Aber ich finde es cool, dass du von Haus aus, what the fuck? Achso, ja, das ist der Bus. Der ist aber immun, wenn du da draufschießt. Der macht einfach nichts. Beziehungsweise ich hoffe, dass er nichts tut. Der läuft einfach nur weiter. Okay, cool. Was ich aber cool finde, ist, dass man von Haus aus, ähm, die Dingsens ändern kann. Äh, das Aussehen. Ja. Ja, hier läuft zum Beispiel einer rum, der Steine sammelt. So ein kleines Vieh. Okay, das ist cool. Gut, man ignoriere jetzt die Seite vom Haus. Die ist jetzt nicht so wahnsinnig ansehnlich. Ja. Aber da hast du schon Stein. Nice. Mhm. Mhm. Oh, was ist das denn für eine Abscheulichkeit? Was? Da. Das ist ein Re... Achso, das Haus. Ja, das ist... Okay, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich glaube, da wurde einmal ordentlich getestet. Mhm. Ja, also ich meine, bis jetzt stehen halt nur Wände und so und hier ein paar Maschinchen. Und was leider Gottes auch noch nicht so ganz super funktioniert, sind Halbtreppen. Zeige ich dir gleich. Warte, kann ich jetzt eigentlich sagen... Also weil ich bei dir im Team bin, kann ich, ähm, zumindestens die Stationen benutzen. Ja. Ja, es gibt auch irgendwie, äh, dass man einstellen kann, dass du quasi alles hier benutzen kannst. Okay. Okay. Hier haben wir das Problem mit der halben Treppe. Ja, genau. Man kann die nicht da hinten dran platzieren. Und es gibt keine halben Böden. Ah. Ja, wie gesagt, ich habe heute Morgen nur ganz kurz angefangen, ein bisschen was zu basteln. Mhm. Jetzt habe ich sehr Lust, das Gebäude da oben mal anzuschauen, was da schiefgelaufen ist. Ja, ich kann nur im Nachbargrundstück bauen. Das Ding ist, wir blockieren uns dann halt gegenseitig, wenn wir so nah beieinander stehen, weil du kannst dein Territorium hinterher noch erweitern. Aber das geht nicht, wenn ein anderer da quasi, äh, sein Haus hinstellt. Äh, jo. Okay, der hat einfach nur getestet, was man machen kann, oder? Ja, ich glaube auch. Was anderes kann ich mir irgendwie nicht erklären. Ja. Obwohl, hier sieht es ja noch ganz ordentlich aus. Ja, das Motorrad hat da mitten im Flur stehen. Hm. Sehr genial. Ja, du hast sehr viele Baumöglichkeiten. Anscheinend. Oh. Oh, ich habe keine Munition mehr für meine Pistole. Wie kann ich das Ganze wieder abreißen? Ha. Ah, ich habe noch keine Mema. Ne, was? Wie heißt das? Was willst du denn machen? Ah, ich habe mir hier das Meme-Tag angeguckt. Alter Schwede. Mhm. Und das ist ja nur eins. Du hast oben vier Tabs. Ja, sehe ich gerade. Ja. 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 Oh. Wie kann ich aufsteigen? Wie kann ich denn die Kacke hier wieder abbauen? Ähm. Geh mal irgendwo hin, wo kein Territorium von dir ist. Ah, und dann nochmal. Also außerhalb des weißen Kastens. Und dann B und dann müsstest du mit Z dein Territorium umlegen können eigentlich. Ja. Territorium verlegen. Das ist nice. Genau. Und hinterher kostet das dann halt was. Aber, äh, jetzt am Anfang halt noch nicht. Okay. Okay. Oh nice. Ich hab das Territorium erweitert. Mhm. Ah, okay. Und dann erklärt das das mit dem. Okay. Das ist cool gemacht. Oh. Oho. Okay, das ist halt... Ja, gut. Gut, dass du es herausgefunden hast. Ich wusste nämlich nicht, dass das so geht. Jetzt hab ich hier nämlich ein bisschen mehr Platz. Muss ich nur gucken, warum ich das nicht nochmal aufwerten kann, das Territorium. Aber es kann auch sein, dass das am Anfang noch nicht nochmal geht. Okay. 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 Ich hab die Mimitrik dafür noch nicht freigeschaltet. Wo war das denn? Wo war das denn? Okay. Okay, das dauert auch noch ein bisschen. Nee, gar nicht wahr. Das ist in der Demo noch nicht freigeschaltet. Und deswegen kann ich keine zweite Territoriumserweiterung kaufen. Das Gute ist, wenn du was bauen willst, nimmt dir auch die Sachen aus dem Lager. Oh. Okay. 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 Tuesday, begin. Summit hat pieces her. Okay. Okay. Das war's für heute. Okay. Okay. Ich habe übrigens was rausgefunden und du hast Bob, den Baumeister, gespawnt. Habe ich den gespawnt? Weil der ist doch... Das ist der Biber, oder nicht? Ja, ja. Ja, okay, weil Rob, den Baumeister, den gibt es nochmal extra. Oh, okay, nee, den meinte ich gar nicht. Ich meinte den Biber. Du kannst Freunden erlauben, was die in deinem Territorium machen dürfen. Achso. Gebäude erlauben, Lager erlauben. So, jetzt solltest du auch Zeugs craften können. Ah, jetzt kann ich aber auf dein Lager zugreifen. Jaja, ist ja nicht schlimm. Ah, okay. Ah, und du kannst jeden einzelnen von denen auch noch Zusatzsachen geben, damit die besser laufen. Ist ja interessant. Okay, aber so kann man dann... Okay, nice. Also kann ich dir hier in deinem Territorium auch mitmachen. Mhm. Das ist cool. Nein. Oh, einen Bananenbau. Wenn ich eine Bronzehacke mache und die ins Lager lege, müsstest du die doch eigentlich auch nehmen können, oder? Ja, ich konnte auf alles zugreifen. Ja, ich weiß noch nicht, ob die Bronzehacke... Achso, Moment, ich muss sie erst mal einsammeln, bevor ich sie irgendwo hinlegen kann. Äh, wo ist die Bronzehacke hin? Da. Guck mal, ob du dir die aus der Truhe rausnehmen kannst. Oh ja. Aber nicht mit Linksklick, sondern mit Rechtsklick gedrückt halten. Hm. Cool. Das ist tatsächlich ganz cool, weil dann könnte man das theoretisch hinterher so machen, dass man sich so ein bisschen spezialisiert, damit nicht einer alles lernt, sondern, äh, man das gerade bei Waffen und Rüstung und so ein bisschen aufteilt. Ja. Ah, ich glaube, das ist eh der Sinn von dem... Oh Gott. Von dem Ganzen. Mhm. Weil ich habe gesehen, du kannst auch Verkaufsautomaten und sowas auch bauen. Ja. Cool. Okay, Bananenbäume sind gefährlich. Was? Auch. Ja, warte, ich... Äh, du kannst Escape und dann Befreien machen. Ja. Irgendwie will ich doch hier rauskommen. Ja. Ja. Oh. Ne, ich glaube, das ist der Busch hier. Ja, den kann ich leider nicht wegmachen. Oh, warte mal. Okay, zu deiner Basis kann ich mich nicht hin teleportieren. Ich hole mal eben kurz Akkus. Mhm. Mhm. Ja. Vielen Dank. Was ist eigentlich das große Ziel von dem Spiel? Das Mädchen, was du am Anfang gesehen hast, mit der Augenbünde wieder in die Welt zurückzuholen. Dafür musst du aber erst alle Spaltanker aktivieren und die Bossgegner in den Monolithen besiegen. Ah, okay. Und wenn du die Karte aufmachst, ganz raus scrollst und dir mal anguckst, wie viel noch so hellblau markiert ist, es ist noch sehr viel Potenzial nach oben da. Wir haben erst einen sehr, sehr kleinen Teil. Auf jeden Fall. Gibt es eigentlich schon irgendwie Infos drüber, wie teuer das sein wird? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Free-to-Play. Ah, okay. Und soll wohl auch ohne In-Game-Shop auskommen, wobei ich mir noch nicht so ganz vorstelle, wie das dann funktioniert, sondern dass das nur über Skins läuft. Ah, ja, würde ich cool finden. Ja, auf jeden Fall. Okay. Und soll wohl auch ohne In-Game-Shop auskommen. Und soll wohl auch ohne In-Game-Shop auskommen. Das war's für heute. Okay, das ist lustig. Also, Lala. Den Film, also Borderlands, den Film, den guck ich mir irgendwann, wenn der bei Amazon Prime ist an. Manni, gehst du überhaupt noch ins Kino? Ähm, ab und zu schon, ja. Echt? Ja. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh Ich habe vergessen meine Fähigkeiten auszuwählen Das was du da gerade auch offen hattest Oben links, wo Spezialisierung verfügbar steht Okay So, ich soll Irgendwie Oh Aha Oh, man kann sich hinterher Spezialisierungsstatus auswählen Je nachdem, was man Äh, bei den Spezialisierungen ausgewählt hat Ähm Ich habe jetzt zum Beispiel hauptsächlich Irgendwas zum Bauen und so verwendet Und nichts Kampftechnisches Und ich glaube, dann kann man sich hinterher Äh, eine Identität quasi damit freischalten Okay Warte Ich finde, das wird dieser Wiege irgendwie noch komisch Ich will mal ganz kurz auf, klar? Jo Okay Okay, für Spezialfilme würde ich auch noch ins Kino gehen Kino gehen, aber irgendwie Aktuell ist nichts großartig draußen, was ich unbedingt im Kino sehen will Äh Bei mir war es vielleicht Äh Ich glaube, der Star Wars Episode 9 oder so Vielleicht Ich bin mir nicht sicher Ich bin mir nicht sicher Ich bin mir nicht sicher Das war's für heute. 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 Nachricht? Das war's für heute. Eine Demontagebank. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh Gott. Ja. Aber ist vielleicht ganz gut, dass das an einem Dienstag rauskommt. Weil dann kann man dann direkt quasi rein streamen. Ja. Ich glaube, Wochenende war trotzdem cooler gewesen. Ja, schon. Aber sonst ist das echt cool. Ja. 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 Oh Gott. Cool. Boah, so funktioniert Deko. Nice. Was? Achso. Oh, wow. Das kann man abändern. Gut, dass du es schon vor mir herausgefunden hast. Dann kann ich es gleich anwenden. Ich gucke mir gerade die Sachen an. Oh, man kann auch Tapeten und so entfernen. Achso, weil du deine hin platziert hast. Äh, ja. Ich kann sie jetzt einfach wieder weg machen quasi. Ja, okay, cool. Oh, das sind so viele Möglichkeiten mehr auf einmal. Allein, dass du hier die Decken anpassen kannst, das finde ich cool. Da kannst du dir wenigstens das so einrichten, wie du das haben willst. Ja. Auch der Fußboden. Oh ja, für die Garage weiß ich dann jetzt, was ich nehme als Boden. Oh, Herr. Oh, man kann auch noch den Motor anpassen. Und die Reifen. Ja. Oh Gott. Ja, okay, den Tank kann ich verstehen. Okay. Okay. Oh, nice. Was ist das hier? Raffinerie. Ach, für Treibstoff. Okay. Und ich habe jetzt die Aufgabe, so einen komischen Monolithen zu erkunden. Das dann wahrscheinlich, man kriegt einen Haufen Ressourcen und so weiter, ne? Oder ist das sowas wie... Das ist der erste Boss-Mob. Ah, okay. Ist das so... Dungeon-mäßig? Nee, nicht wirklich. Also du gehst in einen Raum rein, äh... Also du wirst dahin teleportiert dann und da ist dann der Boss-Mob, den du bekämpfen musst. Natürlich mit ein bisschen Story dahinter. Aber, ja. Okay, ja, dann weiß ich, was ich jetzt machen werde. Hm, mach das, mach das. Achso, ja, ich werde das Spiel beenden. Achso. Ähm... Ja, ich... Das ist ganz gut, dass ich jetzt hier einfach nur rumexperimentiert habe, weil ich... würde es total hassen, wenn man jetzt, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Stunden spielt. Und dann wird das nach der Demo zurückgesetzt. Ja, ja, es wird definitiv zurückgesetzt werden. Das steht ja schon feste. So, und da... Das würde mich dann eher aufregen. Das kann ich auch wieder verstehen. Ja, was ich cool finde, ist... Ja, ich benutze das... Ja? Nee, sag ruhig. Okay. Äh, ich... Ich probiere jetzt auch eigentlich nur rum, umzugucken. Ich kann sogar die Treppe abändern. Warte, was? Okay. Nee, kann ich noch nicht. Man kann eine Wendeltreppe mit Stahlglas machen, das ist ja auch cool. Ja, das sind, glaube ich, diese Skins, die man kaufen kann. Mhm. Aber ich... glaube, dass du damit richtig... Geld machen kannst. Ja, wahrscheinlich schon. Also, wenn das Spiel geil ist, dann kannst du ja mit so einem Kram echt hart angeben. Ja. Und ich habe irgendwelche Sachen freigeschaltet. Äh, von der Saisonbelohnung und so weiter. So, aber wofür kann ich denn das Sternchrom verwenden? Wird Kauf von Gegenständen in Saison lehnen? Ach, ist das da, wo der Teleporter war? Ja, ich glaube schon. Oder ist das hier Meyers Market? Nee, Meyers Market ist einfach nur die nächste Stadt. Aber da stehen, also, du hast auch in Detzwill, ähm, Kaufhäuser. Also, bei jedem Teleporter gibt es Kaufhäuser. So gesehen. Ja, nicht bei jedem Teleporter. Also, Funktürme gelten ja auch als Teleporter an sich, aber, ähm... In den Städten oder in den kleinen Dörfern gibt es welche. Ja, das will ich mir dann noch angucken, weil ich da ordentlich Kohle bekommen habe. Nein! 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 Hast du eigentlich auch irgendwelche Grafikprobleme? Nee Okay Naja, aber die werden jetzt einen ganzen Haufen Kram wahrscheinlich an Bugs und so weiter gefunden haben sodass sie da echt gut vorankommen Ja Und es läuft anscheinend auch schon besser als in der Beta, die mal lief Da war das wohl ganz furchtbar Okay Wow, ich muss wirklich in die Stadt Verdammt Verdammt Oh, ich glaube in dem Spiel hier kann man wahrscheinlich richtig Stunden rein Semmeln Haben die irgendwas davon gesagt, dass das wie bei Rust ist, dass irgendwie nach acht Wochen oder acht Monaten das Spiel zurückgesetzt wird? Nee, ich glaube nicht Okay, das ist schon mal gut Das wird mich ja auch nerven Dann baust du da so ein übelst geiles Haus hin und dann Ja, und dann wird es wieder zurückgesetzt Hm, ich muss mal eben meine Streppe abreißen Ich glaube, ich habe gerade eine schönere bekommen Oh, ich fühle mich Das war's für heute. 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 Und zwar macht der, ähm, hier, wie heißt der, 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 der Bus, der hier durch die Gegend läuft, macht hier irgendwie eine Pause. Und kniet sich hin. Ach so, ja, und der spawnt dann, glaube ich, auch Gegner unter sich. Ah, ich dachte, man kann einsteigen und durch die Gegend laufen. Zuschauer, warum soll ich, äh, als Pizza leben? Wow. So, was kann ich denn hier alles kaufen? Okay, okay, es gibt auch noch die Währung, okay, es gibt auch noch die Währung Sprossen. Und der hier, ähm, und der hier, ähm, und der hier hat die Währung, äh, bei denen kann man hier diese Industrie-Sachen kaufen. Und der hier, äh, und der hier, äh, bei denen kann man hier, äh, bei denen gibt es einen Briefkasten. So, was verkaufst du? Oh, hier kann man Fleisch kaufen. Und Gurken. Okay. Wo finde ich denn den Saisonladen? Oh, hier kann man Fleisch kaufen. Oh, hier kann man Fleisch kaufen. Oh, hier kann man Fleisch kaufen. Hast du schon diesen Sternstaub-Resonanzfilter ausprobiert? Was für ein Ding? Ja. Okay, nein. Schade. Das braucht auch kein Strom, braucht nur 20 Glas. Damit kann man diese Echosteine auslösen. Das ist gut zu wissen, das probiere ich gleich mal eben aus, wenn ich bei mir wieder bin. Ja, das wollte ich nämlich auch noch ausprobieren, weil hier kann man nämlich nichts mit diesem Chrom-Metal machen. Das sind wohl diese Echosteine oder so. Wow. Ist das ein Kack. Das ist gut. Was ist denn der Saisonladen? Das Game soll sich über Skins finanzieren. Ja, der Content Creator von denen hat gesagt, dass ich das Spiel hauptsächlich oder nur über Skins finanzieren will. Ich glaube, wir sind zu weit. Ich glaube, ich laufe einmal nach Deadsville. Mhm. Obwohl. Hier steht echt nirgendwo, wo dieser Saisonhändler ist. Sobald man das bei Google eingibt, soll man irgendeine Vendingmaschine bauen. Sobald man das bei Google. Okay. Sobald man das bei Google. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ist jetzt nur die Frage, wo ist die? Ähm, die Wish-Maschinen bekommst du durch eine Quest. Ja, sehe ich auch gerade. Und da kannst du dieses Star-Chrome reinschmeißen und dann kriegst du irgendeinen Skin, wenn du Glück hast. Hm. Ich mache jetzt erstmal dieses komische, äh, die eine komische Maschine, die du da gefunden hattest. Äh, ttttttttttt, Funktional, Sternstau, Resonanzfilter. Ja, die wollte ich mir auch einmal angucken. Okay. Und was macht die? Ähm, irgendwas reinigen. Ah, ich glaub, da kannst du dann diese... Da krieg ich Sternenchrom raus. Ah, wenn du da diese irgendwelche verunreinigten Sachen reinschmeißt, ne? Ja, genau. Cortex. Ja, genau. Level 1 und Level 2, ja. Ja, und dann kannst du den Kram nämlich nutzen, um das in die Ganzkirchen reinzuschmeißen. Äh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die sind einfach Level 25. Was zur Hölle? Okay, gut. Das Reinigen, das, äh, gut zu wissen, dass hier so viel spawnen kann. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, deswegen sollte man also sein Lager schützen. Oh, es kommt noch mehr. Ja, ich hab, äh. Ich hab noch was anderes im. Ups. Ah, die werden einfach despawnt. Null. Okay, und jetzt ist das kaputt. Ja, und ich... Oh Gott, dann können wir noch mehr. Okay, cool. Ja, jetzt weiß ich auch, wofür die Verteidigungsanlagen sind. Oder warum man die braucht. Das machen wir dann erstmal nicht mehr, ja? Ja, wir können ja eh mit dem Star Chrome nix anfangen, also... Aber lustig. Und die haben jetzt die Maschine wahrscheinlich kaputt gemacht, ne? Hm, ja. Okay. Und ich hab kein Glas, um die zu reparieren. Aber es ist, äh, ja. Zumindest ist es gut zu wissen, wie es hier funktioniert. Ja. Okay, die Treppe passt ja mal so 100% hier nicht rein. Was? War super hier rein. Also alles neu, modern und dann... ...alles nur Holz. Und dann geht's. Was hat der hier eigentlich da drin? Okay. Ja, ich denke mal, ich werde dann jetzt wieder in Minecraft drüber wechseln. Hm. Und ich glaube, das wird richtig interessant dann. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ja, und dann hält das Spiel zwei Wochen und es dann, ähm, ja. Hoffentlich nicht. Ich kann mir vorstellen, das länger zu spielen als zwei Wochen. Ja. Es hat auf jeden Fall das Potenzial dazu. Ja, das auf jeden Fall. Und vor allem auch, ich glaube, der größte Aspekt für viele Leute ist dieser, ich sage jetzt mal dieser Abfuckpunkt mit, ich habe mir jetzt so viel Mühe gegeben am Anfang und habe eine Base hier unten am Strand gebaut, ne? Hm. Und jetzt bin ich 780 Kilometer weiter im Norden und müsste eigentlich jetzt jedes Mal teleportieren, nur damit ich Sachen ins Lager reinräumen kann. Jetzt kannst du einfach sagen, okay, hier ist jetzt der Punkt der Operation. Ich verschiebe mein Territorium. Ja. So, und das finde ich mega. Auf jeden Fall. Jo. So, und dann ist natürlich noch die Frage, was sie alles zum... äh, Release mit reinbringen werden. Ob das so gesehen die fertige Demo schon alles ist. Ähm, ja, ich denke mal, dass die nächsten Gebiete und so noch mit drin sind, weil, ähm, ich habe teilweise Fähigkeiten in der Mimetik, die ich noch nicht freischalten kann, obwohl ich theoretisch alle Bedingungen dafür erfüllt hätte. Ah, okay, ja. Genau, also alles, was Stufe 4 ist, kann ich halt noch nicht freischalten. Ja, aber das macht ja Sinn in der Demo zumindest, ne? Ja, ja, klar. Teilweise kannst du Level auch nur mit, äh, der nächsten Saison freischalten. Hä? Ja, keine Ahnung, hier steht, wird freigeschaltet, wenn die laufende Saison-Zähmung... Achso, das ist ein, äh, Kapitel bei der Saison. Wenn die, wenn ein gewisses Kapitel erreicht wird, dann schaltet man neue Sachen frei, oder kann man neue Sachen freischalten. Irgendwie so. Äh, ich habe gerade was gefunden. Just found out, it's, äh, about the wipe system. Und so wie bei, äh, Dingens. Hm? Hm, hm, hm. Also eher wie bei Tarkov. Hm. Hm. Dankeschön, Draculea. Ja, ja, vor allem, dass auch dein kompletter Charakter und, äh, Karten-Progress dann weggemacht wird. Ja. Äh, ich versuche gerade was Offizielles zu finden. Ja. Ja. So, was? Ähm. Ähm. Ich habe was gefunden, ich muss noch irgendwas lesen. Ah. Okay, steige ich nicht ganz durch, aber... Oh, ähm, es gibt im Spiel... Was, was das zeigt, gerade ich übertrage mal kurz im Bildschirm. Okay. Ja. Was ich noch gelesen hatte, war auf deren DevBlog, ähm, dass du Sachen mit rüber kannst in das Eternal Home. Mhm. Und da kannst du auch bauen, wie du möchtest. Ich weiß nicht, ist das bei dir schon freigeschaltet? Ähm, ich schaue mal eben. Warte, wie kann man da denn nochmal rein? Escape. Die Insel oben rechts. Ewig und nicht aktiviert. Weil da kannst du irgendwie Items und so weiter dann mitbringen. Also das heißt, für jede Saison fängt man neu an. Man kann dann entscheiden, was man mit rüber nimmt. Und, äh, alles andere bleibt dann im Eternal Land zurück. Hm. Äh, warum fehlt denn da jetzt auf... Ach so, das haben die auch kaputt gemacht. Das ist ja ungünstig. Ja, das hatte ich auch gelesen. Wenn man nicht aufpasst und diese Box irgendwo falsch stellt, dass die dann, äh, alles was im Weg ist einfach weg machen. Hm. Ja, also... Ich glaube, für ein, zwei Runden ist das bestimmt nice zu spielen. Ist natürlich die Frage, wie lange geht so eine Season? Wenn die irgendwie nur drei Wochen geht, dann wäre das echt ein Anfall. Mhm. Aber hier steht auch drüber, ähm... Die Übertragungsregeln für die Test-Season entsprechen nicht denen der finalen Version. Äh, wir werden die Season-Übertragung basierend auf dem Feedback optimieren. Ja, mal gucken, ob... Ja, ich... Ich kann eine Season verstehen, ja. Aber ich glaube, viele wollen auch eher sowas, was für immer ist. Ja. Und vor allem, es steht ja nirgendwo geschrieben, dass man... Also... Du kannst das Eternal Land von jemandem anders betreten, aber ich weiß nicht, ob du auch in... zum Beispiel das Hive ein gemeinsames Land haben kann. Das wiederum würde ich cool finden. Ja. 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 Hast du noch was Neues gefunden? Warte. Hm, ne, nicht wirklich. Okay. Na ja, gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Stream und würde mich hier jetzt auch erstmal verabschieden. Jo, dankeschön dir einen schönen Abend und dann gucken wir mal, wie das mit dem Once Human weitergeht. Auf jeden Fall. Okay, tschüss. 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 So, wir craften jetzt Draconium Bee und dann will ich noch die Awakened, aber dafür brauchen wir den Tier, äh, den Draconic, den Injector Draconic. Die sind aber auch, oh, Awakened. Wie viel Awakened habe ich denn? Ausimpulsion. Mit Gebästolt Bren Dozent die stoppen müssen wir bauen. Und jetzt können wir binden, wenn jetzt das Teufel ist. Sauber Ich würde mal eben eine ganz kurze Pause machen Mir noch einen Kaffee holen Und einmal auf Klo und 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 dann sehen wir uns gleich wieder Und ich lasse einen Autoklicker hier auf die Taste laufen So dass das hoffentlich alles Gleich fertig ist Weil wir zurück sind und nicht ganz so nervig laut ist Okay Ja dann würde ich sagen Bis gleich Und Ja Und sehen wir uns Und 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ähm, ja. Damit haben wir auch reichlich. Draconic X. Und damit kommen wir dann gut voran. So, die Hälfte davon brauche ich. Die andere Hälfte kann weg. So, trued. So, trued. Vielen Dank. Oh Gott. So. Okay. Super. Also. Kommen die dann jetzt hier rein. Productive. Das war. 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 Vielen Dank. 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 Also brauchen wir davon noch bedeuten, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, kann das an den Updates liegen? Okay, das funktioniert. Okay, das funktioniert anscheinend nicht. Vielen Dank. Ich will mal was testen. Okay, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, und dann den Mob Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Amen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, funktioniert das? 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 Okay? So, funktioniert das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, so und jetzt? 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Ups. Untertitelung. BR 2018 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 So, noch ein Versuch. Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank. A dropper? What's in? A dropper? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ich hab die Bottle leer gemacht So... Hmm... ... 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 So Oh. 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 Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. 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 Nice. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Gott! Was sieht das ohne Shader-Kacke aus? Ah, und so sieht es viel besser aus. So... Hmm... 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 Um... Vielen Dank. Vielen Dank. Das sieht ein wenig übertrieben aus. Oh Gott. Noch nicht mal mit einem Fusionsreaktor oder Fusionsreaktor wird das doch schnell gehen. Ja, der... Den will ich eigentlich auch bauen und irgendwann mal sprengen. Oh Gott. 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 Eins, zwei, drei, vier, eins, sieben, acht. Oh ja. Also, es wäre eine schöne Idee für den Abschluss des Projektes, würde ich sagen. Also, es wäre eine schöne Idee für den Abschluss des Projektes. Also, es wäre eine schöne Idee für den Abschluss des Projektes. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Also der Kern, ich habe bei irgendjemandem gesehen, ich glaube, das war bei Susan Architekt, der hat drinnen stehen 137.000 Jahre, bis der Reaktor voll, bis der Kern voll ist. Also der Kern voll, bis der Kern voll ist. Ja. Okay, das wäre eine echt gute Idee. Okay, das wäre eine 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 gute Idee. Äh, und ein Tier. Ja. Wie habe ich das hier gemacht? Ich glaube, ja. Du könntest die hier nehmen von Applied Energistic oder... Äh, ja, es gab glaube ich hier. Ähm, 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 ähm... Hier, ähm, 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 ähm... ähm, 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 äh, ähm... Das war's für heute. Aber ich glaube, wir müssen jetzt gleich noch die wichtigste Maschine von allen bauen. Draconic und war das der Celestial Manipulator? Irgendwas mit Weather. So. 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 Äh, ist denn das? Oh! Hey! Hey Hey Cool. Ah, okay. Dann wünsche ich dir auch einen schönen Abend und fahr vorsichtig und dann sehen wir uns morgen, weil ich weiß nicht wie lang ich heute machen, aber fahr vorsichtig und dann bis morgen. Dann wünsche ich dir auch einen schönen Abend. Dann wünsche ich dir auch einen schönen Abend. Dann wünsche ich dir auch einen schönen Abend. Äh, dort. Und dann wünsche ich dir auch einen schönen Abend. Das war's. So. 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 Ich würde gleich noch mal eine kurze Pause machen. Und. Ja. Genau. Hauptsächlich, weil ich mega dringend aufkluge muss und was zu trinken brauche. Ich könnte mir so einen nehmen. Kleinen Moment, ich mache eben das hier fertig. Cool, das hat geklappt. Nice. So. Soulstone. Ah, ja. Den hier, Igneos Extruder. Und hier, das hier ist ein Solium Block und kein Soulstone Block. Und Solium kriegst du einfacher. Das kannst du nämlich aus Soul Sand raussieben. Ja, du musst einen Solium Block darunter unter den Igneos Extruder packen. Hier, warte. Das Problem hatte ich nämlich auch. Hier. So. Solium Block, Wasser, Lava. Aber er produziert Soulstone. Soulstone. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Kein Problem, ich stand vor dem selben Problem Aber ich habe hier gerade was gefunden Argumentation Das will ich doch jetzt mal testen Thermal, wenn wir jetzt drei von Können wir die reinpacken? Oh Oh, wir können die noch Den Scale Factor erhöhen Ich kenne es Ich entdecke auch jedes Mal was Neues So, aber ich würde Jetzt eben kurz ne Pause Machen Gebt mir so 5 bis 10 Minuten Und dann bin ich gleich Wieder da, also bis gleich Ah, falsch Ah So,ãy subscribe for now, Terre Amen. 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 Hallo. So. Pass. Amen. 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 So. Das war's. Das musst du beschwören. Also wenn du Öl drückst, also bei mir ist es Öl, also wenn du ins Questbook reingehst, kannst du ja hier sehen, wie du All the Modium bekommst. Und das kannst du hier über den Energizer herstellen. Und mit U kannst du sehen, was alles zum Beispiel Quarz gerade nutzt. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Komisch Äh Was wollte ich denn? Reaktor Oh, die habe ich noch nicht drin Beide ich noch nicht drin ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Amen. 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 Okay, so. Oops. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wo ist denn der fünfte? Was soll denn? Was soll denn? Was soll denn? Was soll denn? Okay Was soll denn? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Nucleia Waste Polludium Spend Nucleia Waste Redstone Nucleia Waste 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 Okay, Ulti, Thermodynamic nehmen wir das. 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 Nice, das funktioniert. Okay, Ulti, Thermodynamic nehmen wir das. 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 4 8 16 plus 2 18 9 10 11 12 13 14 16 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ULTI 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Amen. Amen. So... Amen. 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 Okay. So... Und... Gates... ... 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, also, was brauche ich jetzt? Sulfur Trioxid, ein Chemical Infuser. So, Front, Gas, Input, Input 2, Output. Gas, Top, Output. Output. So, was brauchen wir hier? Oxygen. Liquid Sulfur Dioxid. Oxygen. Okay. 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 Ich kann... ...upgrade. Untertitelung des ZDF, 2020 So... So, dann haben wir jetzt Sulfur, Trioxid, Fluids, Output. So, das haben wir auch, Sulfuric Acid. Und die nutzen wir dann für Hydrophulic und Uranium Hexer. Oh mein Gott. Die können wir dann nutzen, um Fizzle Fuel. Alter. Water Vapor. Untertitelung des ZDF, 2020 Water Vapor. Water Vapor. So. So... Ah, das ist ein fuller Set. Und wieder ein Chemical Infuser. Infuser. Hmm. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wasser und Liquid. Das war's für heute. 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 Oh Gott. 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 Äh, Rotary 2, 3. Schamber. So, was brauchen wir jetzt hier? Sulfaric Acid, Gas nach oben, Gas Input, Button, Items Input. Back, Gas Output Open. So, was brauchen wir jetzt hier? 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 Oxidizer. Okay, dann machen wir den noch. So, was brauchen wir jetzt hier? So, was brauchen wir jetzt hier? Vielen Dank. Vielen Dank. Uh, cake. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Tori, der 3 Tori, der 3 Tori, der 3 Tori, der 3 ... Musik ... So, was wollte ich jetzt? Uranium, Hexylfluorid und das ist Fizzle Fuel. Das kann man einfach in dem... Wieso? Noch ein... Schemakel Infusor? Hey. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Äh. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Das war's.